Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Heute zocken wir mal GTA Roleplay, was ja gerade in aller Munde ist und viele tun es. Ich spiele auf dem MyDay Server und ja, ich denke wir starten jetzt einfach mal. Ja, deswegen gehe ich hier mal drauf. Wir nutzen für das ganze 5M und nicht Rage. Und jetzt starten wir das ganze einfach mal und ich hoffe ihr habt viel Spaß dabei. Ich rede jetzt mal nicht während dem Intro. So, jetzt starten wir hier mal. Ich mute mich jetzt mal ganz kurz und erkläre euch das. Für heute ist eine Dienstanweisung reingetrudelt, dass wir eine Übung, was den Verkehr angeht, machen. Dazu muss ich sagen, ich bin beim PD, wie ihr sehen könnt unten rechts. Ich bin gerade außer Dienst, Police Office 1. Jetzt gehe ich mal eben ins PD. Ich kenne mich hier noch nicht so ganz gut aus, weil das neue PD ist neu. Ich glaube, ich bin auch schon falsch. Ich glaube, hier muss ich gar nicht rein. Ich muss mich erstmal zu Dienst melden. Okay, hier muss ich nicht rein. Da müssten hier gleich unten Kabinen sein. Moment, jetzt habe ich was falsch gemacht. Hier muss immer... Ja, geschlossen. Stimmt schon. Ich weiß auch nicht, was hier gerade so piepst. Sobald ich im Dienst bin, werde ich mir... Okay, hier komme ich nicht rein. Dann ist es hier eh falsch, weil hier muss man hinkommen, kurz vor Dienstbeginn. Stairs. Okay, dann gehen wir doch mal die Stairs hoch. Ich denke mal, ich kenne mich hier bald aus. Das ist, wie gesagt, heute mein zweites Mal, dass ich erst da bin. Ich suche nach den Locker Rooms. Okay, ich schaue einfach mal, was hier so geht. Da komme ich nicht rein, das ist natürlich nicht gut. Okay, komme ich hier rein. Hier komme ich rein, okay. Ich hoffe, hier finde ich... Ja, perfekt. Anmelden. Und jetzt ziehe ich mir gleich mal meine Arbeitskleidung an. Und meine kugelsichere Weste. Und jetzt gehe ich wieder zu den Stairs. So, wunderbar. Und jetzt, ganz wichtig, werde ich erst mal beim Funk-Rap mich einloggen in die 1. Das ist unseres, vom PD. Und mache jetzt mal direkt einen Funktest. Moment, ich muss mich erst wieder entmuten. So, jetzt. Funktest. Ich hoffe, jetzt antwortet auch jemand. Okay, nee, ich muss hier raus. Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Irgendwie ist gerade niemand da. Ich gehe jetzt mal einfach hoch. Ich hätte auch MPD hochgehen können. So. Immer wenn ihr das hört, dann bin ich gemutet. In-game. Dann hört man mich nicht. Ich schaue einfach mal, was hier oben jetzt abgeht. So ein bisschen, ob ich jemanden treffe. Ich melde jetzt nochmal ganz kurz, dass ich im Dienst bin. PD97 meldet sich zum Dienst. Wann und wo beginnt die Dienstanweisung bezüglich der Verkehrskontrollenübung heute? Das wäre jetzt natürlich echt beschissen, wenn hier keiner antwortet. Ich hoffe, wir haben keine neue Frequenz. Also mir wäre nichts bekannt. Also ich weiß, dass die vier jetzt die Sheriffs haben. Wir haben jetzt ein Sheriff-Department auch noch. Ja, ich muss hier immer gemutet sein, weil ich rede ja quasi nicht in-game. Das muss ich mir jetzt angewöhnen. Ja, normal rede ich ja auch gar nicht so viel, während ich online bin. Aber ihr kennt das Spiel ja. So, dann rufe ich jetzt mal eben den Herrn Johnson an. Das ist mein PD-Chief. Vielleicht kann der mir helfen. Ja, Moment. Wann bin ich noch ein bisschen lost. Ich hoffe, er geht dran. Hm. Das ist echt nicht so toll, jetzt. Also. Das ist echt nicht so toll, jetzt. Muss ich ehrlich sagen. Es sind auch gerade, meines Erachtens, nur außer mir, zwei andere Police-Depart- äh, Police-Office-Office-Online. Das ist natürlich nicht so gut. Ich gehe jetzt mal ans Innere. Es kann auch sein, dass die Übung gar nicht stattfindet. Aber ich habe jetzt mal nichts mitbekommen. Hm. Also, es ist schon das größere Department, das wir hatten, vorher ein kleineres. Ich finde es ja auch echt schön, muss ich sagen. Übrigens spiele ich mit einem Shader. Und den Herrn Johnson kenne ich auch privat, der hat mir auch bei einem Shader geholfen. Ja. Und jetzt geht er nicht ran. Das ist echt schade. Ich glaube, der Aufzug funktioniert noch nicht. Okay, da muss noch ein bisschen was passieren. Hier kam er übrigens locker runter. Das macht gar nichts. Man muss immer wieder die Türen schließen. Nicht vergessen. Weil sonst kann man halt easygoing unser PD stürmen. Und das soll dann nicht passieren. Okay, eigentlich steht es auch nur dran hier. Da ist für die Putzfrau die Euthanasilien drin. Wenn heute diese Prüfung nicht stattfindet, und davon gehe ich aus, weil sonst hätte sich doch jetzt jemand gemeldet, dann zeige ich euch jetzt einfach mal ein bisschen die Welt. Dann hat sich jetzt der Grund für mein Video geändert. Aber das soll uns nicht stören. Okay, jetzt sind wir einmal komplett durchgegangen. Wenn dem so wäre, dann würde ich mich jetzt aber auch wieder außer Dienst melden. Und einfach in meiner Privatkleidung ein bisschen mit dem Auto rumfahren, etc. Und auch einfach so ein bisschen die Welt zeigen. Den Start zeigen. Da springe ich besser nicht runter zum Abkürzen. Ach, das ist echt noch nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Also ich könnte jetzt auch im Dienst bleiben. Ich weiß nicht, ob es jemand merken würde. Da würde ich halt mehr Kohle kassieren, wenn es Gehalt gibt. Ich glaube, das ist ungefähr das Doppelte. Aber wir spielen das Ganze jetzt echt korrekt heute. Aua. Warum hat er sich jetzt nicht abgerollt? Also, finde ich jetzt gar nicht so gut. Also hier kann man nur geparkte Autos, die man selbst hier reingestellt hat, rausholen. Bei der Garage unten kann ich jedes Auto rausholen, das in meinem Besitz ist. Das ist der Unterschied. Nur mal für euch so. Das wurde mir letztes Mal auch erklärt. Also da habe ich jetzt noch keins drin. Deswegen gehe ich jetzt runter, melde mich vom Dienst ab, ziehe wieder meine Zivilkleidung an. Und dann hole ich mir einfach mal ein Auto und dann fahren wir ein bisschen rum. Was ist, wenn ich jetzt direkt hier reingehe? Okay, okay, das ist das genau gleiche wie mit der Garage. Da bist du im gleichen Dings, okay. Hier kommt man noch so durch. Und wenn ich mich jetzt rechts erinnere, gehe ich wieder zu den Stairs. Da, ne, 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 ne. Die sind doch hier gewesen. Genau. Ja, das dauert ein bisschen, bis man sich hier zurechtfindet, aber dann geht's auch. Ey, dieses Piepsen nervt halt echt, ne? Und ich weiß nicht, woher es kommt. Ich glaube immer, wenn ich rede. Tatsächlich. Aber dann kommt es ja tatsächlich von TeamSpeak vermute ich mal. War das jetzt diese Ebene hier? Okay, hier waren wir jetzt auch noch nicht. Wir können auch mal hier bis zu uns umschauen, tatsächlich. Da kann ich dem auch im Dienst bleiben, dass ich jetzt keinen Stress drin. Also wenn ich nur ein Wort sage, dann piepst es nicht. Aber wenn ich den ganzen Satz sage, dann piepst es. Okay, das ist ungewöhnlich. Wenn ich nicht gemütet bin, dann hört man mich, dann piepst es nicht. Okay, okay, okay. Das hat sich für meine Let's Plates nicht so optimal. Dann mache ich jetzt einfach mal den Kreis kleiner, dass man mich nicht überhört. 3,5 Meter. Dann hört man mich wirklich nur, wenn man bei mir ist. Und das ist mir jetzt einfach mal egal mit dem Muten. Hier geht's wieder zu den Stairs. Ich glaube, ich muss noch mal eine Etage nach oben gehen. Ja, das ist mir noch nie aufgefallen, weil wenn man gemütet ist, dann sagt man im Normalfall auch nichts. Ja, genau. Okay, einmal abmelden. Und dann ziehen wir uns wieder die private Kleidung an. Äh, hallo? Hallo? Okay, ich mache es da drüben. Jetzt bin ich wieder im Dienst. Na, das hat nichts. Okay. Na, das... Hä? Okay, das ist ein bisschen komisch. Und es mache ich es anders. Ich melde mich an und dann nutze ich die Gardeaube hier. Hä? Du nimmst den Dienst auf. Okay. Jetzt kann ich mich hier umziehen. Okay, okay. Also irgendwas ist da hakelig. Egal. Jetzt bin ich im Feierabend und kann wahrscheinlich die Stairs nicht mehr benutzen, ne? Doch, kann ich noch. Sehr gut. Die Etage wurde uns, glaube ich, extra frei gelassen. So, jetzt gehen wir wieder ganz runter. Bis in den Keller. Und nehmen wir uns mal aus meinem privaten Repertoire ein Auto. Hier ging es raus. Hier ging es raus. Ich glaube, daran. Forensik Garage. Garage. Okay, das Menü. Wissen Sie mich vor... Irgendwas stimmt doch nicht. Hä? Wissen Sie mich vor... Braschen? Schaut euch das mal an. Jetzt nämlich einfach das next bester Auto. Kriegst du das? Kriegst du das? Okay. Kann ich halt nur das fahren. Pack mal die Waffe weg, Amona. Hä? Warum habe ich das hier Waffenland gehabt? So, gehen wir wieder rein. Hä? Hier stimmt doch was nicht. Warum habe ich die Kanzler die Waffe raus? Ich mache gar nichts. Okay, jetzt habe ich einmal auf die rechte Maus gedrückt. Ich würde euch heute auch noch gerne andere Autos zeigen. Aber irgendwas stimmt doch heute nicht. Ich weiß auch nicht. Aber durch die Zielen-Taste, die man normalerweise drückt, um überhaupt zu zielen, ging das Ganze weg. Hatte ich ja letztens auch schon Probleme, also seit ich den Shader nutze. Aber das war jetzt eigentlich in Ordnung. Und ich konnte auch vorher zum Beispiel ganz normal das Inventar öffnen und so. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Aber man merkt schon hier, das sieht schon alles sehr, sehr clean aus. Mir gefällt das sehr gut. Also ich meine jetzt wegen dem Shader, ne? Jetzt prüfe ich mal gerade was. Maskshop, okay. Ich wusste gerade nicht, was das ist. Ich dachte nämlich, dass die Black Muerta, das ist die Gang hier, ihren Laden hat. Aber ich glaube... Oh Gott, vor lauter Erzählen habe ich vergessen, mich anzuschnallen. Okay, das ist mir tatsächlich echt schon lange nicht mehr passiert. Am Anfang ständig. Okay, das ist ziemlich los gewesen gerade. Warum ist mein Auto jetzt so rum? Hä? Also erst mal anschnallen. Erstmal prüfen. Okay, mein linkes Bein ist ein bisschen angeschlagen. Mein Blinker ist auch die ganze Lander. Okay, das kriege ich aber hin. Weil das war meines Erachtens hier. Ne, warte mal. Das Fahrzeugmenü. Ne, das macht man doch hier aus, oder? Willst du mich jetzt pflaxen? Nein. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Jetzt zeigt das Blinker sind wohl gar nicht mal. Arman, Arman, Aküm. Habe ich gerade die ganze Instincts gerät. Ins... Nennfunk. So. Wir sind irgendwie aufgedockt. Aber, ich glaube, jetzt müsste es wieder gehen. So, anschnallen nicht vergessen, sonst passiert das wie eben gerade wieder. Ich würde echt gerne ein anderes Auto fahren, aber... Es ist leider nicht möglich. Ich probiere gleich mal zu einem anderen Spot zu fahren. Ob man da eventuell... ...ein Auto sich dann tauschen kann. Also, 150 kmh ist nicht erlaubt. Also, wenn ich mich jetzt wieder mute, dann hört man wieder die ganze Zeit dieses Geräusch. Ja, ja. Ich merke schon. Wahrscheinlich sollte es einen daran erinnern, dass man gemuted ist, aber... ...es soll mich jetzt mal nicht stören, weil ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit reden, also... ...im Action... ...es ist irgendwo... ...nicht ganz perfekt. Aber es wird immer besser. Und die Grafik ist halt wirklich schön mit dem Schalier, ne? Muss man sagen. Und ihr seht oben links auch meine FPS, also da kann man sich jetzt auch nicht unbedingt beschweren. Das ist alles schon ganz gut so. Okay. Okay, okay, okay. Driften üben wir nochmal. Das ist jetzt mal der Mutz ausgegangen. Meistens ist es besser, wenn man bremst, anstatt dass man driftet. So. Aber das Handling von dem Auto ist eh nicht so gut, finde ich. Ah... Was ist denn das hier? Okay, das ist... Okay, hm. Da war ich schon bei einem anderen Auffrister mal. Aber fehlen hier nicht auch einige Symbole? Gucken wir uns mal so vor. Stimmt doch was nicht. Zum Beispiel die Spots, wo ich meine Autos tauschen kann, fehlen. Die sehe ich hier nirgends. Okay. Dann müssen wir bei dem Auto bleiben. Ich fahre es einfach noch ein bisschen rum. Ich muss es erst mal fixen, aber ich möchte jetzt erst mal so weiterspülen. Ja, die Karre ist echt lost, ne? Boah, das Handling ist auch grauenhaft. Das einzige, was cool ist, ist die Grafik heute. Alles andere nervt mich schon wieder. Da werde ich auch gleich mal dem Herr Johnson in real life Bescheid sagen, was ich heute wieder erlebt habe. Ich hoffe, er kann mir helfen. Weil so sollte das natürlich nicht sein. So, dann ist die Folge jetzt leider nicht so viel passiert. Das tut mir leid. Aber kann man nichts machen, ne? Also im Endeffekt kann ich mir erklären, warum diese Spawning Points nicht da sind, von der, äh, vom, äh, wo man das Auto rauslassen kann. Weil die waren ja im PD selbst auch buggy. Ich muss jetzt erstmal in Erfahrung bringen, ob das nur bei mir so ist, oder ob das heute ein generelles Serverproblem ist. Ich hoffe letzteres, weil ich dachte eigentlich, als ich das letzte Mal hier drauf war, dass alles tipptopp jetzt läuft. Aber so wie heute ist es natürlich nicht ideal, ne? So. Jetzt fahre ich mal hier noch ein bisschen bis vorne ans Meer hin. Ich darf hier übrigens 150 kmh fahren. Ich war ein bisschen zu schnell. Aber das irkt mich jetzt nicht. So. Zum Beispiel beim Police Department darf man noch langsamer nur fahren. Da darf man nur 100 kmh fahren. So. Hm. Jetzt sind wir hier beim Containerhafen. Ach ja, ach ja, ach ja. Die Bremsleistung ist halt auch echt schlecht, ne? Aber das Wasser sieht halt auch cooler aus als normalerweise. No Surfing. Ich fahr jetzt mal auf die Holzplanke hier drauf. Nice. Es kann halt wirklich sein, dass es an mir liegt. Und deshalb konnte ich jetzt auch mit niemandem hier in-game reden. Ich humpel schon wieder. Das ist natürlich nicht so cool. Das kann man aber normalerweise hier beheben. Aber ich glaube, man braucht erst Hilfe, ne? Ich humpel jetzt bestimmt immer noch. Ja. Erst muss ich mich erst nicht versorgen lassen, dann kann ich das resetten. Ich möchte eigentlich da oben bleiben. Von dort aus würde ich dann die Folge beenden. Denn bei mir in Real Life gibt es jetzt Lasagne. Jawohl. So. Also ihr seht schon. Es sieht alles wirklich gut aus. Und die FPS konntet ihr ja währenddessen... Ich mach das nochmal kurz an. Das ist nicht die ganze Pieps. Ähm. Ja. Irgendwas hat ja nicht ganz funktioniert heute wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich hoffe, der Herr Johnson... Alias Nils in echt... Kann mir dabei nochmal helfen. Oder er sagt mir einfach, dass es heute ein generelles Problem gab. Ich weiß es nicht. Aber ich befürchte, es liegt wieder an mir. Muss ich beheben. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen, so einen kleinen Einblick zu bekommen. Ich hätte euch heute gerne die Fahrprüfung... Ne, nicht die Fahrprüfung. Die Fahrzeugkontrollenprüfung gezeigt. Aber unter den Umständen ist es natürlich nicht möglich. Wenn niemand online ist und sich niemand bei mir meldet. Kann natürlich auch sein, dass es an mir liegt. Und deswegen mich niemand hören konnte. Naja. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass es in nächster Zeit regelmäßig Videos gibt. Aber... Ja. Ich hoffe, ihr habt es mal wieder genossen, von mir was zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020